Vielleicht spiel ich auch Probius jetzt Da kommt auch keiner gegen Kla so richtig auf der Lane Aber wenn ich Probius jetzt prepicke, dann weinen die alle Okay der will Asmo dann spielen, also bannen wir Kälters Lies mal jetzt, weil keiner Lane, ja ja ich weiß, oder was Ja wegen Team Strat im Allgemeinen Äh was, was banne ich denn jetzt Rainer Nicht umsetzbar mit Randoms, ja aber wenn wir zu zweit eine Kombo machen Vielleicht schon Ja Da kannst ja trotzdem Lane Ey, first pick Zool-Gin Das Waffen hat ein Wir werden ein neues Schicksal schmieden Ja Kassia ist auch nicht schlecht auf dem Rang, ne Die Leute wissen einfach nicht wie man ausweicht Die laufen gerade von der weg Lassen sich von dem Fächer trotzdem umnieten, ey Ja Ich würde sagen wir bannen noch Sagara Ach jetzt ist ja im Prinzip auch egal, ich spiele jetzt noch ein, zwei Runden Garos oder so Irgendwas, was ich meine, was gut Passt Und dann, äh Weiß ich heute auch nicht mehr Peak Guys Ist eh voll dumm Valera zu nehmen Gegen, gegen Varian und Malganes Es ist im Dauerstun und tot Los geht's Ey Bereit zum Einsatz Was Ich Ich und und So, die werden alle leid. Platinum 5 Kassier Thrall Anna Spiele ich hier mit Megasort momentan oft Er ist Thrall, ich Anna Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden 5, 4, 3, 2, 1 Lasst die Schlacht beginnen Ungefähr Kurien Let das Ja, sehr gut geht's los und setzt den Drachen mit dabei Mir reicht's mit euch Easy, über die Wall geworfen Aber die Morales spielt nicht schlecht Sie ist wenigstens aufmerksam und guckt Wer gerade Heal braucht Immerhin Was macht unser Drache? Ey Was ist das? Hat das Spiel verlassen Der Suil Jinn ist auch richtig schlecht Krass Du hast die krasse Feedparade verpasst Alle gestorben Ja 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 Wir werden für euch in den Stumpf. Die Garage-Würfe. Da kann man wenigstens bisschen was machen. Ja, wieso ist keiner Bot? Wieso kann der Thrall alleine so ein Gebäude von uns einreißen? Ist doch einfach ein Witz. Was ist mit dir? Ach Gott. Holt der den nicht ab, Junge. Oh, wauw. Oh, wauw. 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 Ich werde euch zerschmettern! Ich werde euch zerschmettern! Oh, das war aber Risky von dir, Kollege. Ich wollte dich gerade reinschmeißen. Schade, ich will sie doch nur locken zum Schweißen! Locken und schmeißen! Schlägerei am Camp! Ich habe die Schmerzen nicht aufgelenkt. Ich habe die Schmerzen nicht aufgelenkt. Ich bin ein wenig zufrieden, aber ich bin ein wenig zufrieden. Krass, deinen Geist kann ich auf jeden Fall nicht schmeißen. Mein war ja klar, aber wäre witzig gewesen. Ah, ich gehe. Was? Take the plate please. Wow. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, was ist mit dem plötzlich passiert. Er hat einen Kill geholt ohne zu Feeden. Ah, zu früh gefreut. Okay. 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 Jetzt ist in die Schlacht zurückgekehrt. Die Schlacht zurückgekehrt. Die Schlacht zurückgekehrt. Ach ja. Ihr wisst also, wen ihr zuerst zu heilen habt. Blutschreiben und in zwei Teile spalten. Schon sehr weit. Go be all. Vorsicht. BLEASE. Morales. Oh, ich war im Sleep. Bye. Ich kriege jetzt beide. Mal Top sind zwei. In der Tropfsteinhöhle. Was hat das denn, ey? Komm, du links, ich rechts. Ah, schade. Ab in die Ecke. What? Töte sie bitte. Töte sie. Töte sie. Sehr gut. Boah. Also, ich glaube. Oh, ich bin Angst. Ich bin los. Oh, ich bin los. mit dem sleep ist echt ätzend jetzt kriegen wir die nicht und im stuhl Ja, Kunde. Ja, das war doch der Plan, Mann. So sieht's aus. Ja, ich spiele jetzt noch eine Runde Garrosh.